Hansen? Ja, moin! Wer ist denn da? Hallo, Entschuldigung. Internetradio? Ja? Wer ist denn da? Ja, der Toaster ist hier. Nee, tut mir leid, da bist du falsch verbunden. Wie, da bin ich falsch verbunden? Ja, hier ist Hansen. Ach, Hansen, moin! Ja, den wollte ich ja auch eigentlich, mit dir wollte ich ja auch eigentlich labern. Alter, ich wollte mal fragen, was ist eigentlich so heute Abend bei dir? Bei mir? Ja. Hm, schminken? Ja? Also, ich hab dir jetzt schon fünfmal gesagt, du sollst nicht mit meinem Sohn reden. Ich hab dir den Kontakt verboten. Kannst du das nicht verstehen, oder was? Muss ich deinen Vater anrufen, oder was? Ich kenn den Eckwert ganz genau. Alter... Ich hab da was gegen, ich möchte das nicht. Ja, weil... Ich möchte nicht, dass mein Sohn in falschen Bahnen gerät, wegen dir. Ich hab euch das fünfmal gesagt, ich will euch nicht zusammen sehen. So, und jetzt ist Ende mit der Diskussion. Aus, passt da. Ich hasse das. Du bist immer nicht so steil da. Ey, ich wollte gar nicht mit Ihrem Sohn reden, weil... Er hat grad versucht das Telefon auszumachen und kriegt das nicht aus, Alter. Ey, wie geht denn hier eigentlich ab, Leute? Wer ist denn noch bei dir? Ja, ein Kollege noch hier. Also, wir haben heute so zum ersten Mal von eurem Internetradio so gehört, weil ein Kollege hat mir die URL gegeben. Ja, ist Hotman? Wir finden das voll korrekt so. Ey. Peace, Dog. Und, aber wir sind dafür, dass ihr das öfter macht mit dem Telefonieren. Okay. Dann musst du uns auch öfter anrufen. Ja, ja, klar. Dann musst du uns... Ey, wir rufen an, wenn ihr uns bezahlt. Jeder ein Euro jeden Monat. Jeder lüsst nach 1 Euro jeden Monat und wir rufen an. Das ist aber nicht wert. Okay. Seid ihr nicht wert, ey, aber... Ja gut, dann verpiss dich. Tschüss. Dann verpiss dich, Mann. Du Spasti, ey. Du Wichser. Du Pisskind. Du Mistgeburt, Alter. Zieh durch, du Haar. Was laberst du denn, Mann? Wir scheißen auf dich. Wir scheißen, ob ihr das cool findet, dass wir hier im Radio sind. Oder nicht? Ja, wir fehlen, Mann. Ihr braucht nicht zuhören, ihr Spinner, Alter. Habak. Geht nach Hause, Mann. Echt, Mann. Voll die Kackhürtel. Zieh durch. Echt, du Wichser. Hahaha. 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 Hsch. Na, genau. Hsch. Sch dorst du denn, Mann. Wichser. Ja, natürlich. Oh, das ist ja, Mann. Ansonsten. Hör auch. Empfeife. Das ist ja sag, Mann. Echt, Mann. Oh, das ist eben, Mann. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Mann. Und dann machen das nicht. Enflasse, Mann. Und dann gehen, Mann. Ich kann das nicht so los, Mann, Mann. Ich kann das nicht bewältigen. Frage, Mann. Vielen Dank. Vielen Dank.